Ich trinke mal ein Schlückchen. Spritze mir dabei das Wasser halb ins Auge. Lecker. Und dann gucken wir mal. Das müssen wir bestimmt runterbiegen. Oh, jetzt bin ich vor das Mikro gekommen. Sorry. Ich helfe dir. Ja, ich halte ja RT wie ein Ochse. So, einmal runterblühen. Komm hier rüber. Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Oh nein. Das war knapp. Tag General. Ist denn hier alles klar bei dir? Was siehst du? Vader hat sie. Da, ganz oben in der Stadt. Die Hauptwege in die Stadtmitte sind versperrt. Ich habe keine Ahnung, wie wir dort hingelangen sollen. Ich finde schon einen Weg, General. So, so. Er findet schon einen Weg. Natürlich. Déjà-vu, selber Raum wie eben. Starkiller, ich weiß, dass du Juno finden willst. Aber wir brauchen dich. Im Krieg kann ein einziger Jedi das Blatt wenden. Ich bin nur wegen Juno hier, General. Verdammt, wir brauchen dich an der Front. Die Imperialen haben die Sicherheitszentralen zurückerobert. Wir werden schwere Verluste erleiden. Gegner im Gang dafür draußen, oder? Oder? Wo muss ich lang? Muss ich hier wirklich runter? Sieht so aus, denn da geht es nicht lang. Ah, ich höre doch schon Blaster-Schüsse. Ich höre doch schon Blaster-Schüsse. Feuert auf die Eindringlinge, ich feue... Oh, die Kiste ging aber. Gehöre ich daneben? Oh, holy crap. Ja. Ach du Schande. Pass mal auf, feuerfrei erst mal. Auf euch. Denn ihr nervt so richtig. Wie immer. Oh, oh, oh. So, jetzt haben wir die Scharfschützen. Au. So, dann hätten wir den auch aus dem Latschen gehauen. Sehr schön. Oh, okay. Boah, den Finisher finde ich ja mal richtig genial. Muss ich ja mal sagen. Habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Beim ersten Mal. Hier ist sie nix. Auf der anderen Seite haben wir ja schon gesehen, da kam ja, wo wir oben waren, schon eine Rakete angeflogen. Das heißt, da ist wieder so ein... Ja, ich nenne sie einfach alle AT-ST. Ich weiß nicht, irgendwer hat es mir geschrieben, was es ist, aber ich habe es mir nicht gemerkt. Oh, wieder mal die falsche Taste erwischt. Na komm. Einmal. Da drüben ist ein roter Holocon. Ich sehe dich. Zweimal. Dreimal vor die Wand. Zack. Nummer zwei. Kommt ran. Ja, sehr schön. Oh, zu früh anscheinend. Und noch einmal. Hepp. So. Das ging ja leicht. Oh, wie komme ich denn da hoch? Muss ich mir hier wieder irgendwas bauen? Oder kann ich hier oben drauf? Hört doch mal auf, mich töten zu wollen. Schafft es doch so und so nicht. Äh, muss ich mir hier was bauen? Oder komme ich von der anderen Seite hoch? Ach, scheiße. Blöder Mist, blöder. Kommt der rum? Klar kommt der rum. Naja, schon wieder nicht ausgewegen, anständig. Mann ey. Aber wenn er uns attackiert hat, können wir ihn schön eine verpassen mit unseren Lichtschwerdern. Ne. Na komm schon. Störe. So. Joa, die klappen mittlerweile auch ganz gut. Schön. Freut mich. Dann müssen wir jetzt mal sehen, wie wir oben an den Schwertkristall kommen. Hier gibt es ja auch keine, hier gibt es auch keine Kisten oder ähnliches, ne? Oder habe ich die alle... Was blitzt denn hier allzu wild? Ach, wir haben übrigens genug Erfahrungspunkte, sehe ich gerade, um den Rückstoß auszubauen. Das machen wir auch mal. Und zwar, nächster Rang, Stärke und Schaden des Angriffs werden deutlich gesteigert. Alle Rückstöße desintegrieren schwache oder beschädigte Gegner. Nehmer, oder? Klingt gut. So, und als nächstes... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Geistreg, Lichtschwertwurf. Ivois ist noch nett. Hm, wie komme ich jetzt hier hoch? So reiche ich ja nicht. Ne. Jetzt auch gar nicht. Hm. Stimmt von hier irgendwo. Von da hinten. Ne, da komme ich nicht drauf. Was war denn das? Ich muss ein bisschen in die Entfernung, denn ansonsten schießt ja keine Raketen. Der Ekel. Einmal. Zweimal. Ah, dann machen wir es so. Und. Eat your rockets. Yeah. So, können wir denn uns jetzt mal bitte bemühen, dort hochzukommen? Endlich mal keine Gegner mehr da. Was schön ist. Hm, von hier könnte es irgendwie gehen. Wenn ich es schaffe. Wo denn? Noch einer. Komm schon. Zu spät. Ja, die sind ja mittlerweile absolut null Problem mehr. Aber trotzdem nervt es. Könnte ich jetzt mal etwas Ruhe haben, bitte? Ruhe, habe ich gesagt. Kann ich mich auch nicht hochglitschen? Sollte das ausreichen von diesem... Bin ich da jetzt drauf? Von diesem Rohr aus. Oh, sollte dann vielleicht noch die richtigen Tasten drücken. Hm. Hm, hm. Nee. Ah, ha, ha, ha. Kein Kommentar. Schwertkristall. Den gucken wir uns an. Es ist... Oh, ein... Oh, der schwarze Kristall. Ermöglicht dir deine Gegner zu desintegrieren. Möchte ich den haben? Ich glaube ja. Hm. Ja. Das sieht irgendwie jetzt hier nicht so pralle aus. Aber ich mache ihn mal auf... Auf Haupt habe ich Machtenergie. Also, dass die Machtkräfte weniger verbrauchen. Dann legen wir den Schwarzen mal auf Haupt. Naja, also ich finde ihn vom Aussehen her jetzt nicht wirklich schick. Um genau zu sein, nervt er mich sogar ein bisschen. Zumindest im Moment. Aber das ist wahrscheinlich auch nur Gewöhnungssache. Ihr wisst ja, der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Na, soll ich denn da mal mitmachen? Anscheinend nicht. Uah! So, da hätten wir dich auch. Davon sind jetzt aber ganz viele viele hier unterwegs auf Kamino. Die erinnern mich irgendwie ein bisschen an Glenry Grievous. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dieselbe Druiden-Baureihe ist oder so. Keine Ahnung. Joah, hier ist nichts weiter. Nein. Kein Holocron ähnliches. Oder ähnliches. Na, paar ganz Mutige immer wieder, eh. Boah, ich finde den Schwarzen echt nicht schick. Mag ja sein, dass der gut ist. Aber der nervt mich. Wir machen wieder, was hatte ich denn? Meditation auf die Haupthand. Das gefällt mir eindeutig besser. Ja. Nachbarn. ательно.